So, sind alle anwesend? Ja, gut, dann können wir ja starten. So, sorry für die Verspätung, ich bin auch da. Ah, VAR, grüß dich! Hamburg! Oh Gott, nicht wirklich, oder? Ja, ich fürchte doch, KSC. Digga, das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Das kann doch nur ein Sieg für den ASV sein. Klasse, wieder nach einer Schiri-Fehlentscheidung. Wieder? Was heißt denn hier wieder? 2015, Relegation, klingelt's? Da war was? Weiß ich nicht mehr. Alter, sag mal, wie kannst du das bitte vergessen? Naja, ich leb halt nicht in der Vergangenheit. Aber, und die Gegenwart sagt, Halbfinale. Ja, komm, Halt's Maul.